Das ist Sonntagabend 18.29 Uhr, hier ist der ISS-Dom und hier begrüßt Sie, Ihre TV! Ein herzliches Herzlichen Konventionen von der Frauen gegen die Mittel, die Goyle, mit dem 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 Goyle und Goyle. Und wir sehen uns vor, unsere Nummer 41, Rocky! Er ist junger Nationalspieler und machte unseren ersten DL-Einsatz und überzeugt von allen in der DL, heute mit auf dem Eis, mit der Nummer 42, Rocky! So, ich stimme für den Freizeitern in die nummerische Reihenfolge. Er ist immer noch mit dem ersten Scherzissen, das ist Rekord dieser Faison. Hier haben wir direkt aus der Länge gestellt, der 60 Nummer 5 kommt aus Kanada am Eis. Alle! Ja! Cheziko! Auch er kann leider nicht spielen, aber er ist da einfach vorbei. Jetzt legt nach wie vor ich nur aus die Höhe. Marianne! Marianne! Oh, mein Gott! Ja, ich sehe auch noch eins. Nach Aufmerksamkeit hat er nicht ganz klar. Aufmerksamkeit hat er natürlich in den Umstand. Schön, wenn es für mich da da ist. Bitte nochmal, Tino! Ho! Ho! Und auch der Nächste ist ein Heimkrieger, er hat das Eis gespielt, genau wie Tino und Daniel, in bisschen weiter und universell meisterlich, unsere Nummer 17, Niki! Er ist ein Teil der Freierpfanne, der Nächste zu uns gestandet im Altbier, er ist im Stern und er kommt aus der Vollkampagne eingeben aus der Kamera, der spricht hier Nummer 19, heute ist er Marco! Er ist ein bisschen neu auf dem Tag, vorsehen gewesen und jetzt ganz und klar ein Boot gelber. Er ist aus der Galila, er hat zu uns gekommen, von Amerikanern, und ich habe die Nummer 20, ich sage, dass man weiß, dass sie! Ho! Ja, das wirklich ist Sonny, aber ich bin mit dem ersten Rohkettentwerfer in diesem Jahr. Er wird die Nummer 20, und es ist Kalle! Ho! Ja, meine Damen, für die Nummer 20, und das beste kann wir uns kämpfen und denken das Kalle, und es ist Kalle, und es ist Kalle, und es ist Kalle! Ho! Ja, meine Damen, ich bin mit dem Video, ich bin mit dem Jetzt was ich bin mit dem größten und und 24 und die meisten waren Dreier! Er ist recht, mit Schlagzeichen der Angelegenheit und Friedung in den Freien verlegen. Er kommt aus Osnabrach und hat bei Osnabrach Nummer 19 und sich unterheißen. Mahl! Mahl! Und mit Schlagzeichen der Angelegenheit auf der Begeisterung nicht wegzurechnen. Ein Rieser-Unterpreis von Osnabrach von den Balken und regnet noch 59. So, Mahl! 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 Ja, einmal verbunden, Stamm verdient und bei Heidegern auf Feuer, auf Niederrach. Hier ist es noch mit der Nummer 64. Jani! Mahl! Er ist immer nur ein Chef zu haben, aber es geht nicht wieder auf Überhaupt kein Spaß. Auf Erste und Niederrach und bei Osnabrach werden wir die 77. An von Heidegern! 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 Ja, aber auch bei den Schildern der Haftvereinheit, dass jeder Leiter sich zeigen auf dem 1. Spielen Sie denn in der Vorbereitung in der Nummer 4. Wir können es nicht so ausgehen. Kennt ihr denn? Der Menschen, der am Ende der Bürgermeister, auf der USA mit der Nummer 71 Servus! Servus! Hi, ho! Sch Civic, falls jung und trotzdem meinralter Bekanntes an, ein ganz schneller Mann mit der Nummer 77. Ja구, ja, ja! Danke! Richtig gut! Hat schon viele Städte gesehen und jetzt in der schönsten Stadtverein angekommen? Horst! Er war wohl eigentlich in Esten. Und der erste Nummer noch 70er. Und der heißt... Henry! 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 Der ist ein Volk von Stuttgart. Der war jetzt der Aufwand und der Mann. Und der hat man nicht uns zu gelöst. Mit der Nummer 2. Der aus dem Otto-Occada. Drew! Henry! 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 Ganz ruhiger Finger! Doch der größte Ding zu unterschränken darf! Er wird hier Nummer 6. Und der heißt... Michael! Henry! 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 Henry o' clearerer! Heute geht doch nicht geil in mich und wir freuen uns ganz gef judgments! Henry! Wir kommen aus Wüsseldorf, wir werden mit 29 Jahren, aber das ist Alexander, Freiburg. So, und dann kommen wir mal 50 Leute gegen 13. Und verdammt noch für die ganzen 13 Liederlachen. Und jetzt endet er noch! Das ist die Liga, aber kurz wieder. Und, ja, es ist Christian! Ich bin der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Schalke, der Mann, der Schalke, der Mann, der Schalke, der Mann, der DG, der Wörter, und heute hier auf der Meister, und dann kommen wir uns für unsere neue DG. Richtig, Richtig, Richtig! 24 Minuten und 35 Minuten seit DG. Applaus 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 Applaus